Musik Die Lage hier bietet sich natürlich perfekt an, um kreativ zu werden. Ja, das ist natürlich eine einmalige Lage hoch über den Salzachtal mit Blick bis Zell am See oder auf die Hohen Tauern. Das war auch unser Ziel, dass wir eine sehr schöne Location finden, wo die Leute auch abschalten können, wo sie mal die Alltagssorgen zu Hause lassen können und sich hier drei oder vier Tage nur auf die Kunst konzentrieren können. Das war auch unser Ziel. Viele liegen Bilder. Ja, es gibt schon so einige, alles mit dem Haus. Ja, man kann auch schon mal was draufdrucken lassen. Ja, das ist toll. Ja. Musik 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 Das war's, das war's, das war's. Das war's, das war's. 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 Das war's.